Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Together-Projekt von mir, St. Paul R.P. Nintendo Land wird Let's Played. Juhu! Hallo! 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 Richtig Bock haben wir nicht alle drauf. Oh, jetzt kommt erst mal das Intro. Du hast das Spiel ja noch nie gespielt. Ich weiß. Ich bin so toll. Der 30. November. Jetzt kommt, glaube ich, Monizah. Mo. Hallo! Oh, und jetzt kommt dieser nervige Computer gleich. Oh, nein! Gurgel-Übersetzer! Ja, das ist wirklich fast die Stimme. Oh Gott, Gurgel-Übersetzer strikes back. Ja, sie ist so nervig. Nein, mach leise! Alter, die Presse! Warum kann ich das überbringen? Ich habe keinen Bock mehr. Nein! Oh, Christoph. Ich kann dich zuerst um... Alter, das ist ja auf der Übersetzer-Gugel-Übersetzer-Fisch. Ja, aber das ist nur am Anfang. Dann brauchst du es ja nicht mehr. Hey, was? Was ist denn das für ein Scheiß-Trick? Ach so, du hast... Ich kann mit dem Gamepad... ...den Winkel... Ach so, also du bewegst das Gamepad... Ja. Ja, okay. Aber ich finde die Grafik eigentlich ganz schön von dem Spiel. Super! Ja, die, top! Ich kann das wohl gut. Ich finde es aber irgendwie ein bisschen komisch, ein Spiel zu machen. Wir haben das nämlich gerade eben erst vor ungefähr zwei Minuten einfach so beschlossen. Nein, mach mal jetzt Handle und ein Dreien und... Wo ist der Pferd? Ja, das war ja davor. Und? Sie sind nur bis zu einem komischen Spiel zu spielen, obwohl man sich dabei zwingt. Du hast es vorgestellt. Ich weiß aber! Oh Gott, da oben! Außerdem ist das Spiel wirklich nicht schlecht. Und ich gefunden! Ja, voll einfach. Nochmal! Ja, das ist halt nur die Einleitung, damit du guckst, was du mit dem Gamepad machen kannst. Wo ist Monita auf diesem Bild? Wow, wo ist Monita. Ich sehe sie nicht. Das ist wie Gruppuschi. Wo ist Monita? Man merkt schon, unsere Kommentar... Kommentierqualität ist scheiße. Christiane wollte das Spiel. Ich weiß! Alles Christe hat Schuld. Also das ist ja auch nur die Einleitung. Genius! Oh Gott, damit dann mehr schlecht. Das ist Remix, 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 Mann. Juhu! Ja, ich kann so... Hast du auch einen Doppelsprung machen? Ja, hab ich gerade gemerkt. Sehr schön. Damit ist das Training beendet. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Die Grundlagen sind erklärt. Und einen Moment, Poplis. Ich glaube, es kommt so ein Baum in der Mitte, wenn ich es nicht wegkomme. Warum? Oder so ein Ding. Mein Baum? Ah, genau. Schau mal hinein. Guckt mal! Schau mal hinein! Hä? 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 Oh Gott. Oh was? Denn hier gibt's nichts! Ach nee. Es kommt ja noch was ich kenne. Nein, es kommt noch alles. Zuerst kommen da die Minispiele hin. Ich kann drei Sachen machen. Und dann wird es noch mit allen möglichen Mies gefüllt. Huuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui das verstanden Bad Quest, Fruit Current etc. pp Pigment Adventure Otto Pussy Dance Oh, Donkey Kong Crash Course ist so geil. Ne, der geht mir ziemlich auf den Sack. Ich lieb den, das ist so schwer. Ed, Captain, Falcons, rasantes Rennes, das ist episch. Und Ballonausflug bei steiler Prise. Och nö, warum denn? Kein Bock mehr. Kann man eigentlich töten? Ich dachte, man kann sich da töten. Und was fangen wir an? Keine Ahnung, irgendwas mit Multiplayer. Das ist für 4 Spieler extra gemacht, das kann man nicht mal, da war es doch eben. Echt? Tut mir leid, da ist es. Das ist nur für Multiplayer. Alles klar, dann machen wir das. Darada. 5. Aber wir sind ja nur zu viert. Also, los geht's. Ich nehm mich. Und, oh, ich muss eins der Player nicht nehmen. Ich bin da hier. Wer hat noch nicht ausgewählt? Die wie du? Nein, ich hab schon. Oh Mann. Irgendjemand hat auf zurückgedrückt. Oh Mann. Der grüne war's. Der grüne war's. Siehste, ich bin der blaue. Wow, ich bin der rote. Der rote. Steuerkreuz. Was machst du eigentlich? Halt so mal Steuerkreuz. Was? So Steuerkreuz. Jawoll. Geht doch. Ich hab's immer in der gleiche Position. Ja. Ja, ich wurde registriert. Achtung, wenn du dann mich tötest, ja, dann wird's gelöscht. Ihr Gartenarena. Die selbe Schatten. Ja, um was geht's? Achso, es wird erklärt am Anfang. Hey. Gott sei Dank. Der ist eigentlich der Rosa, ne? Ich? Das war so klar. Äh. Steuers bewegen und zwei Hechtsprungen. Klingt logisch. Schau auf das Gamepad. Guck mal, ihr seid zu dritt, ich bin hier als Gameplayer hier. Ach, man. Holger, du siehst die ganze Karte, gell? Nein. Hä? Wie? Ux, ux. Achso, ich muss weglaufen vor den Tods. Ja. Wir müssen dich ficken. Fangen. Wir müssen dich ficken. Ja, schau mal. Wir müssen ihn ficken. Oh, ja. Ja. Ich hab hier nicht ausgesprochen, okay. Ich werd so sterben. Ich glaub, du hast eine andere Sicht auf dem Gamepad. Natürlich, ich hab übelst die Große. Ich sehe das ganze Spielfeld. So ein Dreck. So ein Dreck. So ein Dreck. So ein Dreck. So ein Dreck, Alter. Hui. Okay. Scheiß, ich bin falsch. So ein Dreck, Alter. Oh, Mann. Ich will auch nicht raus, Mami. Du kannst es ja rausschneiden und bei dem... Da hab ich ihn gesinnt. Was kann ich? Leute, ich bin am nächsten an ihm dran. Du kannst es ja rausschneiden. Ey, wo ist Holger? Roman, ich bin so weit weg von ihm. Ich auch. Ich bin näher. Ich hab ihn nicht sehen. Ich seh ihn. Komm her, du klingelst mir her. Okay, ich komm näher, 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 näher. 15 Meter, 15 Meter, 14, 14. Alter, ich... Fuck. Ich komm, ich komm, ich komm. Hui. Was soll ich machen, Jonathan? Was soll ich machen? Roman, du bist... Ganz nah, ganz nah. Da, halten, halten, da, hinten. Scheiße. Da geht's. Aber das ist übelst schwer, nicht zu fahren, glaub ich. Dann machen wir ja gleich das Tempo an. Ja, da ist sie, ich seh ihn. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Ja. Christian. Hui. Komm, Christian, wir schnappen ihn uns. Ja, wir kommen. Mach doch einen Hechtsprung mit zwei. Alter. ang, ich bin da. Ich bin auch's matroflogen. Wieso! Dann mach du nicht. Spat, ich muss noch längere filmi. Nein, ich muss noch näher ran, ich bin nicht nah genug! Oh, 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 oh! Nein, nein, ich habe einen Stern! Fick, dich! Ew, du rennst, wie ein Kind. Nein, ne, ich habe einen Stern. Weg abschneiden. Oh, ich seh deine Tür aber ich bin ziemlich da hinter dir. Neh, wo sie hin? Weiß, hier der Pisser. Center. Was denn? Hauff. Hamm.. Wie lang hält der Scheiß? Der ist jetzt aus. Oh Mann! Das heißt, wir haben nur noch eine Minute. Jawoll! Dann lachen wir nicht mit dem Game Pass! Nein! Also, steh dir wo läufst du hin, 109 Meter von dem... Ich hab' mich verloren! Ich hab' mich verloren, aber ich komm' ihm wieder näher! Ich hab' ihn, ich hab' ihn! Nein, 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 nein! Ich komm' ihm entgegen, ich seh' ihn! Du musst zweitrücken mit dem Hecht-Sprung machen! Los, Christian! Was machst du? Ich hab' doch recht! Ich hab' den Sprung eingesetzt! Alter, wo bist du? Ich bin wieder näher bei ihm! Oh, die Spannung steif! Alter! Die Spannung ist unerträglich! Doch, 20 Sekunden! Du musst ihm den Weg abschneiden, Christian! Wie denn?! Ja, ja, 15, 15! Oh fuck, der muss... Nein! Alter, der schafft es nicht! 10, 10, 10! Mein Tod ist so scheiße! Jawohl! Mann, ich dachte, ich könnte mir den Weg abschneiden, aber... Geschafft! Jetzt komm' ich! Sprich noch mal! Gewonnen! Scheiße! Darf ich jetzt? Ja, guck, du kannst... Das ist so scheiße! Das ist so scheiße! Das ist so scheiße! Ich will nicht, ich will nicht... Machen! Cool! Alter, nein, warte, warte! Schau mal, wie du gelaufen bist! Du bist voll behindert! Ey, komm! Alles doch mal! Schau, wie ich denn von Anfang an auf den Färfen war! Oh, ich war mal... Schau mal, wie gut ich war! Die ganze Zeit, dann ihm dran! Ja, jetzt auch nicht schlamper! Ihr könnt nur Level 2 spielen! Ja, schlamper! Hey! Christian, du darfst es auch mit Facecam spielen! Okay! Sein Ersten... Die kann man aber auch abschalten, ich weiß das! Na und? Das ist so ein Sinn! Das ist ja der Will! Ich bin herzlich und ich bin stolz! Ja! Das glaub ich auch! Das kann man doch eh rausschneiden, oder? Na! Ach! Also Christian, schau auf das Game West! Ja, ich schau drauf! Nur, dass niemand etwas falsch versteht, das wäre jetzt... Vor allem, weil Christian übel creepy aussieht, weil es im Hintergrund dunkel ist! Haha! Sie ist übel creepy aus! Was soll ich denn machen? ZL und ZR! Aha! Ich glaube, wir kriegen Christian nach einer halben Minute! Fank den Lutscher! Scheiße, ich bin voll aufgeregt! Huuu! Haha! 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 Ich glaube, die ganze Zeit geht nur in diese Wände! Oh, kleiner Auffang! Nein! Das ist wieder auf der Wand! Alter, was? Alter, Schlammwack ist echt scheiße! Du bist scheiße! Ey, von wo kommt doch mal die Melodie her? Ich kenn die doch! Super Mario World! Ja, ja! Wir sehen! Scheiße! Schlamm! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau da! Spring damit! Da kann man nicht springen! Ja, aber Ren, mal kurz bevor man den... Ich bin echt hinter ihm! Versucht niemand den Weg abzuschneifen! Ja, wo ist der Kerl? Ey, das ist... Wo ist der Busser? Ich hole mir mal einen Stern! Ne, in der Mitte! Oh, das geht gar nicht! Da ist er! Den kann nur ich! Oh, ich bin... Alter! Immer wenn ich ein bisschen näher komme... Okay, okay, okay! Oh, da, da, da! Oh, Shotgun! Da ist er! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Du bist der Kerl, der da hat gerade noch Facecam ist! Ja, ich sehe ihn auch! Na, tot! Ich sehe ihn nicht mehr, aber ich bin ganz... Es wird nicht! Guck mal, da bin ich! Guck mal! Seine Fress! Der stirbt dahint, oder? Ich zitter voll! Ich hab voll Angst! Hat sich irgendjemand gerannt! Ich weiß nicht, ob das noch tot war oder noch? Ja, Facecam ist ja eh das Beste! Hi Christian! Alter! Das ist ein bisschen... Oh! Nein! Nein! Ich sehe ihn, aber er ist so weit. Deine Mutter! Was genau? Deine Mutter! Oh, oh, oh! Ja, ja, ja! Alter, die Felske! Geh weg, geh weg, geh weg! Das macht schon irgendeinen Fett. Ich bin da! Alter, im Schlamm! Ja! Wo ist er? Direkt bei ihm, guck einfach bei mir! Scheiße, wo ist er? Er ist weg erlaubt, Scheiße! Jawoll, Alter, wie ist er? Nein, 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 nein! Jawoll! Wo ist der Pisser? Da! Hier! Du bist ja der Pisser! Du kannst mir gucken! Boah! Schlappang ist schon Scheiße! Ausgepissen! Wie auch ewig! Ich könnte mich im Schlamm verstecken! Ich finde ihn nicht! Ich bin gleich stehen! Hallo! Hallo! Ich früße an dieser Stelle meine Mutter! Die schaut den Scheiß eh nicht! Ewig! Ich würde mich auch stark wundern, wenn die das schauen! Oh, oh! Ich komm näher! Ja toll! Für 8 Sekunden! Egal, egal! Ja, ja, ja! Ich bleib jetzt schön! Oh Scheiße! Da kommen sie, da kommen sie! Da hinten, da hinten! Ich hab ihn gesehen! Ja, da hinten waren und jubelt! Schau mal, wie ich jubel! Schau mal, wie ich jubel! Hör auf! Hör auf! Das ist ein Mädchen! Mädchen! Ja, das war's doch so! Boah! Wer wird jetzt mit Facecam spielen? Komm! Ja, mach nochmal Christian! Mach nochmal Christian! Ich schwör, ich kann doch das nicht! Mach bitte! Oh! Mundschügel! Boah! Ich glaub, das wird eh! Okay, das Spiel ist echt nicht schief! Ach ne! Die anderen sind genauso gut, die Zuschauer sind besser! Boah, Christian! So, wir catchen ihn jetzt einmal oder machen wir irgendwas anderes? Ja, wir catchen! So, jetzt haben wir den Bart! Ja, den Bart! Den Bart! Den Bart! Den Bart! Schade, dass ein Facecam nicht an war! Muss man auch richtig klaut rein rülpsen! Dann weiß man auch, dass es nicht irgendein Handy ist, das im Hintergrund rülpsgeräusch immer! Rülpsgeräusch immer! Rülpsgeräusch immer! Rülpsgeräusch immer! Rülpsgeräusch! Da lang! Weil da ist auch hingelaufen! Oh, hey! Rülpsgeräusche! Rülpsgeräusche! Hm, Scheiße! 30 Meter! 50 Meter damit! Wo läuft der hin? Ach ne! Alter, ich bin 30 Meter! Ich komm näher! Ich bin ganz ruhig! Ich bin ganz ruhig! Oh, ich komm auch näher! Nein, da kann ich ganz zu! Scheiße! Hackelberry Finn! Ich bin ganz nah! Ja, ich auch! Nur noch weniger als 30 Meter ja! Ja, wir sind alle nur weniger! Wo ist der Pisser? Wo ist der Pisser? Das ist so verwinkelt hier! Hallo, blauer Tor! Ja, ich hab ja fast... Hallo! Nein! Ich hab ihn aber aus dem Stern scheiß! Hallo! Hallo! Du! Nein! Du! Verpiss dich! Nein! Nein! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ihr Pisser! Scheiße! Ja, ja, ja! Los! Los! Stilico! Wo seid ihr? Geht du durch! Ja, nein! Nein! Ja, da ist er! Nein! Nein! Oh, ich fürchte halt! Nein! Nein! Ja, ja! Da ist er! Nein! Ja, es geht auf! Nein! 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 Kommt hinterher! Kommt hinterher! Halt! Hu! Alter! Ja! Ja! Nein! Hoi! Fuck! Ich bin auf die Rutschbahn! Ich bin auf die Rutschbahn! Oh! Ist er doch nicht hier? Noch 30 Sekunden ja Pisser! Ich bin eben hinten auf das Ersten! Meine Presse ist das geil! Aber wir können ihn nicht einholen! Wir sind ja nicht schneller als er! Ach was! Bleib einfach mal irgendwo hängen! Wenn ich so taktisch klug bin! Nein! Ich wollte ja die Rutschbahn liegen! Ja! Wir sind die Rutschbahn! Ich bin jetzt auf den Fersen aber 20 Meter entfernt! Du musst irgendwie den Weg abschneiden! Na und? Was ist er? Ja, Mann! Ich kann ja die Fäste losnehmen! Oh! 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 Mama, man kann immer die anderen Spiele wirklich nur mit dem Hecht spielen. Oh Gott, Herrlich! Boah, ja gut, das war's erstmal für den ersten noch mehr Level. Äh, mal sehen. Nee, gibt's nicht. Nein, gibt's nicht. Na, dann ziehen wir uns wieder beim nächsten Pfad von Nintendo Land. Tschö. 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 Tschö.